Bitcoin legt den nächsten Breakout hin, wir haben die 47.000 US-Dollar-Marke geknackt, sind hier in die Spitze auf knapp 47.700 US-Dollar gestiegen und wir haben große Liquidierungen gesehen auf beiden Seiten, sowohl ein Short-Squeeze als auch ein Long-Squeeze, wir werden natürlich auf die aktuelle Situation hier eingehen, wir haben die Zielzone von gestern erreicht, wo sind die nächsten Liquidierungszonen, wo könnte Bitcoin als nächstes hinlaufen und woher kommt überhaupt die Kaufnachfrage, das werden wir uns gleich anschauen. Auch eine sehr spannende Meldung hier von BlackRock, der CIO sagt nämlich, dass BlackRock selbst auch bald investieren könnte, noch mehr investieren könnte, aktuell tun sie es ja nur für ihre Kunden, das werden wir uns gleich näher anschauen, wir werden über die ETFs sprechen, auch da haben wir sehr großes Volumen und vor allem auch Inflows gesehen, all das und mehr in diesem Video und jetzt viel Spaß damit. Damit herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal, ich fasse wie immer für euch die aktuellen Geschehnisse und vor allem auch meine Einschätzung kompakt und fundiert zusammen, falls euch das Ganze gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da und abonniert hier den Kanal, dann verpasst ihr keine weiteren Updates mehr. Bitcoin steht aktuell bei 47.300 US-Dollar, Ethereum bei knapp 2.500 US-Dollar, natürlich der gesamte Markt aktuell im grünen Bereich, was ihr aber hier schon sehen könnt, die Bitcoin-Dominanz ist gestiegen auf über 52% hier auf CoinMarketCap, es gibt verschiedene Charts diesbezüglich, da ändern sich die Werte, aber was wir auf jeden Fall sehen können, Wir laufen jetzt hier auf diese Hochs, die wir in den letzten Monaten immer wieder angelaufen sind. Spannend wäre es natürlich, wenn wir hier vielleicht nochmal rüberkommen und der Bitcoin nochmal dem gesamten Markt zusätzlich outperformen könnte, das wäre damit der höchste Stand seit April 2021, also Bitcoin kann weiterhin den breiten Markt outperformen, auch wenn die Allcoins natürlich mitziehen, können sie aber nicht in dem Maße, in der breiten Masse vor allem auch gesehen, nicht mitziehen und Bitcoin kann den Markt hier outperformen. Bei Bitcoin werden wir uns natürlich die Charts auch näher gleich anschauen, vor allem auch interessante Indikatoren, die jetzt gerade Signale rausgeben, dazu kommen wir gleich aber noch. Auf Makroebene sind ja alle Augen auf den Dienstag gerichtet, um 14.30 Uhr werden wir die Inflationsdaten aus den USA bekommen, vor allem bezüglich der Leitzinsentscheidungen in der Zukunft absolut relevant. Was wir heute nochmal an neuen Daten reinbekommen haben, sind die Revisionen zu den vergangenen Inflationsdaten und ihr seht hier unten den Dezember 2023, die wurden nochmal deutlich nach unten korrigiert, hier von Monat zu Monat. In der Headline, wir hatten zuvor 0,3%, das Ganze jetzt hier auf 0,23% runterrevidiert worden, auch bei der Kernrate eine kleine Revision auf 0,28%, da waren wir bei 0,31% und das ist in jedem Fall positiv, weil ja genau das auch Jerome Powell gesagt hat. Bezüglich der Inflation brauchen sie noch mehr Daten, um noch mehr Vertrauen darin zu haben, dann auch wirklich die Zinsen senken zu können. Das könnte ein Indiz dafür sein, dass die Daten am Dienstag vielleicht sogar positiver ausfallen, als der Markt es gerade erwartet. Das werden wir uns dann aber bis dahin auch gemeinsam noch näher anschauen, wie die Daten am Ende des Tages aussehen. Vermutlich wird es dann auch wieder einen Livestream geben am Dienstag, 14.30 Uhr, wie gesagt, die Daten, dann wissen wir mehr. In Europa könnte der Immobilienmarkt zu einem Problem werden, denn aktuell werden jetzt im 11. Monat jetzt in Folge Gelder von Privatanlegern aus Immobilienfonds gezogen. Und zwar nicht nur wenig, sondern jeden Monat um eine Milliarde US-Dollar. Warum kann das ein Problem werden? Die EZB hat selber noch gesagt und davor gewarnt, dass die Immobilienfonds aufgrund des hohen Anteils an Gewerbeimmobilien etwa 40% in den Märkten drin sind. Und deshalb stellt diese Lage aktuell eine Bedrohung für die finanzielle Stabilität in der EU dar, im Euroraum dar. Laut der EZB aktuell, wie gesagt, über eine Milliarde US-Dollar pro Monat. 10% sind schon inzwischen da rausgeflossen. Das Ganze natürlich zu erklären durch sinkende Nachfrage und hohe Kreditkosten aktuell. Auch da steht die EZB natürlich unter Druck wegen den Leitzinsen. Auch da sollten irgendwann die Zinsen gesenkt werden. Diese Probleme im Immobiliensektor, vor allem gewerblichen Immobilien, die haben wir ja auch in China gesehen und uns auch schon oft angeschaut. Wie die aktuelle Situation dort aussieht, stellen auch diese Daten sehr gut dar. Wenn man sich vor allem auch anschaut, wie viel Gelder werden denn rausgezogen von chinesischen Investoren aus dem chinesischen Aktienmarkt und werden stattdessen in US-amerikanische ETFs umgeschichtet. Da sehen wir vor allem im Premium, weil es durch die Regierung da auch Aufpreise gibt, Steuern gibt etc. sehen wir aktuell, dass man da 43% Aufpreis bezahlt, um dort rein zu investieren in US-ETFs. Und da war natürlich dann irgendwo auch die Spekulation, sind da teilweise auch vielleicht Bitcoin-ETFs mit drin? Kann aktuell, glaube ich, keiner beantworten. Ist deshalb nur Spekulation, aber schon ziemlich spannend, dass so viel Geld aus China gerade abgezogen wird und stattdessen in die US-Märkte fließt. Bei den Bitcoin-ETFs haben wir gestern massive Inflows gesehen. Über 400 Millionen US-Dollar sind an einem einzigen Tag netto zugeflossen in die Bitcoin-ETFs. Das ist erstmal natürlich sehr positiv für einen Tag. Vor allem gesehen 400 Millionen US-Dollar, auch hier sehr schön grafisch dargestellt. Schaut gerne bei Macrovision auf Twitter vorbei. Da updaten wir euch bezüglich dieser Daten immer täglich. Und ihr seht schon, das war der drittbeste Tag. Über 400 Millionen US-Dollar organische Nachfrage, 9000 Bitcoin knapp akkumuliert worden. Und wir können uns noch mal diesen Chart hier anschauen, den haben wir uns gestern schon angeguckt. Jetzt haben die 9, 9 Bitcoin-ETFs von BlackRock & Co., also ohne Grayscale, inzwischen hier MicroStrategy eingeholt. MicroStrategy akkumuliert schon seit 2020. Und die 9, 9 Bitcoin-ETFs haben das in einem Monat geschafft. Und deswegen sieht man nochmal, was für ein Game Changer das bezüglich der organischen Spot-Nachfrage für Bitcoin sein kann. Irgendwann wird natürlich dieser große Balken von GBTC kleiner werden. Und wahrscheinlich werden dann BlackRock & Co. Grayscale überholen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich die aktuelle Preisbewegung von Bitcoin auf diese Inflows auswirken wird. Wir haben noch nie FOMO erlebt, während es ETFs gab. Also dass der Preis steigt, kann natürlich dann auch nochmal zu zusätzlicher Kaufnachfrage führen. Genauso wie es bei Retail-Anlegern der Fall ist, sind die Entscheidungsträger natürlich auch irgendwo Menschen. Und vor allem auch die Kunden sind Menschen, die dann irgendwie FOMO bekommen könnten. Also das wird ziemlich spannend. Und wie vor allem relevant das Ganze, sehen wir auch hier in Abhängigkeit der Inflows und dem Bitcoin-Preis. Der Bitcoin-Preis hier in orange dargestellt und die Inflows hier in grün. Und ihr seht schon, wie schön das hier korreliert. Wenn die Inflows steigen, dann steigt auch Bitcoin. Natürlich ist das nicht der einzige Faktor, der hier eine Rolle spielt. Das darf man nicht vergessen. Das sage ich euch ja immer wieder kurzfristig vor allem. Das Ganze immer zu überbewertet, vor allem auch was die Inflows angeht. Aber das werden wir hier weiter beobachten, ob es auch über einen längeren Zeitraum so eine Korrelation mit den Inflows gibt. Jetzt aktuell scheint es so, dass diese Inflows, die wir jetzt sehen, aber nicht nur von denen durch die ETFs, sondern auch anhand der Onchain-Daten konnten wir das ja sehen, dass an verschiedenen Stellen akkumuliert wird, die Kaufnachfrage da ist. Und deshalb hatte ich euch ja am 13. Januar schon gesagt, die aktuelle Korrektur, die wir da gesehen haben, ist eine Chance und keine Gefahr, weil wir selten so eine Angebotsüberflutung von Bitcoin sehen werden, so wie wir es am Anfang von Grayscale gesehen haben. Und das war wirklich eine gute Chance. Und wer da investiert hat und eingestiegen ist, diese Kurse genutzt hat, nochmal unter 40.000 US-Dollar, der kann natürlich jetzt sich erstmal zurücklehnen und kann abwarten, wie sich der Kurs hier weiter verhält. Und diese Kaufnachfrage über die ETFs sehen wir auch anhand des Coinbase-Premiums. Auch das haben wir uns jetzt öfter angeschaut. Hier sind wir jetzt ins Positive gerutscht, während wir ein Spot-Premium haben. Heißt nicht, über die Future-Märkte wird der Kurs angetrieben, sondern wirklich über die Spot-Märkte. Und das ist in jedem Fall bullish und positiv in der aktuellen Bewegung. Wie lange das anhält, das werden wir uns natürlich gleich auch nochmal näher im Chart anschauen, wie wahrscheinlich das ist, in welche Zonen wir noch reinlaufen könnten. Aber die Kaufnachfrage ist genau da und das Coinbase-Premium ist da für mich der Nummer 1 Indikator, um da genau auch nochmal hinter zu blicken, wo die Kaufnachfrage herkommt, bezüglich auch vor allem der ETFs. Was aktuell sehr spannend ist und vor allem auch eine große Frage, steigt BlackRock auch selbst bald groß in Bitcoin ein? Aktuell kaufen sie ja nur für ihre eigenen Kunden. Nur im kleinen Stil haben sie Bitcoin-Bestände. Laut dem CIO von BlackRock, Rick Reader, der hat ein Interview beim Boer Street Journal gegeben. Er sagt nämlich, das könnte sich bald ändern und die Portfolios von BlackRock könnten mehr Bitcoin akkumulieren und mehr Allokationen dagegen überhaben. Vor allem dann, wenn die öffentliche Akzeptanz weiter zunimmt. Er betont hier auch, dass man, Zitat, wenn immer mehr Menschen es als Anlageklasse annehmen, glauben wir, dass das Aufwärtspotenzial real ist. Also das ist auf jeden Fall eine Option, dass auch BlackRock selber nochmal für zusätzliche Kaufnachfrage sorgen könnte. Aktuell sind sie nur irgendwo ein Werkzeug und bieten Werkzeug, ein Instrument an, um in Bitcoin zu investieren für ihre Kunden. Aber irgendwann wäre es natürlich dann auch spannend, wenn sie selbst investieren und dafür Kaufnachfrage sorgen. Was spannend ist, ist die Tatsache, dass es nicht nur in den USA diese Kaufnachfrage gibt, sondern auch generell global gesehen, wenn man sich mal anschaut, im Vergleich zu November, wie sieht denn der Anteil der USA mit dem Volumen aus, sehen wir, dass das Ganze fällt oder anders ausgedrückt global gesehen, die Börsen haben jetzt hier eine Dominanz von 84 auf 90 Prozent erhöht. Heißt, im Spotvolumen sehen wir steigende Nachfrage auch international gesehen. Es ist jetzt nicht so, dass die Nachfrage nur aus den Staaten kommt. Und das ist in jedem Fall natürlich auch positiv, dass jetzt das Ganze konzentriert ist auf eine Region oder auf ein Vehikel, sondern dass auch global gesehen die Nachfrage scheinbar steigt. Falls ihr auf der Suche nach einer sicheren und vor allem günstigen Spotbörse seid, kann ich euch Bitwavo empfehlen. Dort bekommt ihr mit die geringsten Gebühren auf dem Markt und Bitwavo ist die größte Spotbörse nach Handelsvolumen. Schaut euch das Ganze gerne an, ihr bekommt 10 Euro nur für die Anmeldung. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung und auch die ersten 10.000 Euro komplett ohne Gebühren. Klicken wir auf die aktuelle Preisbewegung von Bitcoin. Wir haben heute Mittag schon gesehen, dass wir den ersten Breakout hingelegt haben. Wir haben die 46.000 US-Dollar-Marke erreicht gehabt. Und danach hatten wir noch eine Zone offen bei über 47.000 US-Dollar. Das haben wir uns auch gestern nochmal näher angeschaut. Ich habe es auch nochmal hier auf Twitter geschrieben gehabt oder gepostet gehabt, dass dort nochmal Short-Positionen abzuholen sind. Und genau das ist auch im Anschluss passiert. Wir haben die 47.000 US-Dollar-Marke geknackt. Und ihr seht auch genau, was passiert ist in diesem Moment. Als wir diese Zone erreicht haben, haben wir dann einen Short-Squeeze gesehen. 330 Millionen US-Dollar an offenen Positionen wurden da aus dem Markt gespült. Und dadurch alleine haben wir durch diesen Short-Squeeze dann nochmal den Pump auf 47.700 gesehen. Wenn Short-Positionen geschlossen werden müssen, tun sie das ja natürlich mit Buy-Ordern. Und deswegen hat das Ganze hier dann nochmal ein bisschen nach oben weitergeschossen. Das Ganze neu ist hochgebildet. Aber im Anschluss haben wir dann auch gesehen, dass wir dann einen Long-Squeeze gesehen haben. Bei der Korrektur von 47.700 auf 46.600 sind 420 Millionen US-Dollar an Open-Interest verbrannt worden. Also in beide Richtungen überhebelte Produkte oder Positionen besser gesagt ausgespült worden. Was ziemlich spannend ist, ist die Tatsache, dass wir immer noch ein Spot-Premium haben. Heißt, die Differenz zwischen Future und Spot-Märkten ist immer noch negativ. Über die Spot-Märkte kommt weiterhin die Nachfrage. Vor allem auch, wenn man hier rauszoomt mit den Funding-Fees, sind wir immer noch zwar auf einem positiven Bereich, also auf einem Long-Bereich, wo die Long-Positionen dominieren, aber nicht in dem Sinne, was wir jetzt hier beispielsweise im Dezember gesehen haben. Also das ist schon ziemlich positiv in dem Zusammenhang. Wir haben auch verschiedene Indikatoren, beispielsweise der Super-Trend-Indikator, der verschiedene Zyklen angezeigt hat. Da haben wir jetzt ein Kaufsignal gesehen. Ihr seht hier auch die verschiedenen anderen Beispiele. 9.900%, 3.600%, 828% wird natürlich mit jedem Zyklus geringer. Aber wir haben wieder hier ein Kaufsignal in diesem Indikator. Und auf der Verkaufsseite sehen wir, dass immer mehr Bitcoin gehoddelt werden. Über ein Jahr inaktive Bitcoin sind jetzt über 70% des gesamten Supplies gestiegen. Heißt, weniger Verkaufsdruck durch langfristige Hodler, die weiterhin Bitcoin hoddeln. Wenn man sich das Ganze im Bitcoin-Chart anschaut, wir haben uns gestern das Momentum angeschaut, hier im MVP-Indikator. Wir haben die 10%-Marke jetzt hier überschritten. Das war ja die Marke, die wir uns gestern angeguckt hatten. Die lag dann bei 47.000 US-Dollar. Und auch die nächste Zone hier bei 13,8%. Da liegt der Widerstand genau auf diesen 47.500 US-Dollar. Also darüber zu kommen, wäre in jedem Fall auch nochmal zusätzlich bullish. Welche Zonen wären nach oben hin noch relevant, wenn man hier nochmal rauszoomt aus unserer Zone hier, wenn man sich das Ganze nochmal anschaut, haben wir natürlich das Hoch mit 49.000 kurz nach ETF-Start, wo wir hochgepumpt sind. Und darüber haben wir noch eine Liquidierungszone, die man abholen könnte. Da gehe ich nochmal in den Daily-Chart rein. Da seht ihr das nochmal genauer. Die ist genau bei 50.100 aktuell. Wenn man sich das Ganze hier mal anschaut, ist das dieser Bereich. Ist nicht wirklich viel, wenn man das Ganze jetzt über einen Monat hier betrachtet, haben wir jetzt die großen Bereiche eigentlich schon abgeholt. Und man darf halt auch nicht vergessen, dass wir wieder keine größere Gegenbewegung hatten in den letzten Tagen und Wochen. Und deswegen ist die Gefahr dann auch mit voranschreitender Zeit und vor allem auch mit grüneren Kerzen und steigenden Kursen auch irgendwann da, dass wir dann Long-Liquidierung sehen müssen, dass wir kleinere Rücksetzer sehen sollten. Ob wir jetzt hier nochmal hochlaufen direkt, das werden wir abwarten müssen. Ich habe meine Long-Position von hier unten weiterhin offen, habe aber wie gestern auch schon angekündigt, in diesem Bereich hier bei 47.000 US-Dollar nochmal Gewinne mitgenommen. Ungefähr 30% der Gewinne sind jetzt mitgenommen. Der Rest der Position läuft weiter. Das waren ja die beiden Zonen, wo wir unsere Limit Order drin hatten. Und seitdem läuft dieser Trade hier mit 39.200 Durchschnittskurs, läuft jetzt hier erstmal weiter und dann schauen wir weiter, wie sich das Ganze entwickelt. Das war auch schon das Video für heute. Ich hoffe, es hat dir gefallen und konnte dir einen kleinen Mehrwert bieten. Falls ja, lass gerne einen Daumen nach oben da. Schau gerne in die Videobeschreibung rein. Da findest du die Community-Gruppe, die Spot-Börse mit Bitwavo oder auch die Future-Börse, die ich nutze. All das in der Videobeschreibung. Damit unterstützt du natürlich den Kanal. Abonnier den Kanal auch, dann verpasst du hier keine weiteren Updates mehr. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video wieder. Ciao, ciao.